Ich erinnere nur an die Äußerung von Robert Habeck, der Patriotismus, Vaterlandsliebe stets zum Kotzen fand und mit Deutschland nichts anzufangen weiß. Anders aber unsere Bürger. 66 % der Deutschen empfinden stolz, denn die Hymne erklingt. Leider können nur 47 % der Deutschen die dritte Strophe aufsagen. Hier müssen wir ansetzen und unserem Volk die ihnen lieb und teuer gewordene Hymne endlich wieder praktisch näherbringen.